die dhv news vom vierten juni 2021 hessen für cannabis modellprojekt in frankfurt amazon fordert offiziell legalisierung herzlich willkommen bei den dhv news ganz kurz vorweg wer in sachsen-anhalt lebt und wahlberechtigt ist möge am sonntag zur wahl gehen und natürlich für eine cannabisfreundliche partei wählen insbesondere nicht afd und cdu und wer von den restlichen kandidaten besonders geeignet ist das lest ihr in unserer wahlanalyse könnt euch auch nochmal die ausgabe von letzter woche angucken da habe ich es genau auseinander gedröselt ansonsten findet ihr in der video beschreibung den link zu unserer wahlanalyse und könnt da nochmal genau angucken in die programme reinschauen und so weiter zum thema cannabis also wählen gehen so jetzt zum nächsten thema hessen frankfurt in frankfurt gibt es fast eine neue koalition nicht ganz leider nur fast und zwar aus grünen spd fdp und volt und die haben im koalitionsvertrag drinstehen dass sie ein cannabis modellprojekt machen wollen also cannabis abgabe wissenschaftlich untersuchen habt ihr ja schon tausend mal gehört ja immer mehr städte fordern das wenn frankfurt mit ins boot käme wäre eine riesen sache leider hat die fdp basis dem koalitionsvertrag nicht zugestimmt und insofern ist jetzt unglaub die koalition zustande kommt in frankfurt und damit wir die ganze sache normalerweise schon gar nicht dhv news würdig ja ich erzähle ja hier normalerweise nur fertige sachen sozusagen in dem fall ist aber interessant dass die schwarz-grüne landesregierung in hessen schon zustimmung signalisiert hat die haben gesagt ja wir sind dafür ja würden das genehmigen oder eben unterstützen auch sind dafür haben eben nur gesagt jetzt ehrlich entscheiden müssen die kommunen die können ja keine kommunen zwingen so ein modellprojekt zu machen sind auf jeden fall im boot und das ist einerseits eine interessante konstellation weil dann natürlich das land einerseits der kommune helfen könnte politischen druck zu machen dafür auch eine genehmigung zu kriegen aber auch finanziell haben wir halt festgestellt in einigen jahren dass den kommunen alleine dass es schwerfällt da solche beschlüsse zu fällen allein schon der antrag kostet einiges wenn der wissenschaftlich begleitet sein soll aber auch die durchführung von so modellprojekt kostet ja erstmal dann noch mehr und da ist natürlich gut wenn man dann noch sein bundesland im rücken hat was dann auch sagt ja okay wir wollen dieses projekt und geben auch ein bisschen geld dazu und es ist schwarz-grün und das ist ja eine der wahrscheinlich möglichen koalitionen auf bundesebene nach der wahl vielleicht sogar grün schwarz jetzt mittlerweile wer weiß ja aber nehmen wir mal an schwarz-grün ist eine der wahrscheinlichen konstellationen und bis jetzt eben die cdu im wesentlichen der bremser ist beim thema cannabis politik es gibt mittlerweile überall mehrheiten für zumindest erste reformen für eine entkriminalisierung der konsumenten und so cdu ist immer die partei die hat letztendlich noch mal blockiert über koalitionszwang ihre koalitionspartner nicht mit abstimmen lässt und so so auch zum beispiel beim thema entkriminalisierung in hessen insofern ist jede lockerungsübung die die union macht immer ein interessantes signal und eben in hessen betrifft das auch das thema kommunale modellprojekte scheinbar würde das land da eben mitgehen insofern schon eine nachricht kann man nur hoffen dass das jetzt dann doch noch zustande kommt in frankfurt und mal sehen ob die fdp da wieder den spielverderber spielt oder ob es dann da klappt ich springe in die usa da gibt es ein paar interessante nachrichten einerseits ging jetzt durch die medien dass der more act wieder reintroduced wurde also konkret gesagt ein legalisierungsgesetz auf bundesebene das im prinzip das verbot von cannabis auf bundesebene aufheben würde und den bundesstaaten überlassen würde ob sie jetzt cannabis legalisieren wollen oder nicht und das ist schon mal verabschiedet worden im haus in den usa so eine parlamentskammer zu trump zeiten noch dann aber ja im senat halt nicht vorwärts gekommen der damals noch republikanisch dominiert war jetzt gibt es ja ein pad im senat insofern spannend ich gehe schwer davon aus dass das ding rucki zucki wieder durchs haus geht dann in senat kommt und dann wird es spannend also wenn das verabschiedet würde wäre revolutionär das wäre der durchbruch für cannabis in den usa also bis jetzt haben wir nur ein paar staaten sozusagen die legalisiert haben das würde dann richtigen schub nochmal geben und ist insbesondere auch deswegen spannend weil der ausschlag die ausschlaggebende stimme im senat ist camilla harris die dann letztendlich in pad situationen entscheiden kann die stellvertretende von beiden und beiden selbst joe beiden ist nicht für die komplette legalisierung er ist für entkriminalisierung der konsumenten cannabis als medizin und so alles schick aber er ist nicht für legalisierung mit handel und so weiter das heißt sie müsste dann ihren präsidenten auch überzeugen ja oder die ganze demokratische partei müsste ihren präsidenten auch überzeugen dass er da letztendlich das ganze unterschreibt weil ohne den geht am ende ja auch nichts und beziehungsweise kann er ja auch wahrscheinlich camilla harris sagen ja komm mach das mal tot da mit der legalisierung im senat also spannende sache gleichzeitig können nachrichten rein dass also insgesamt schon über also fast acht milliarden us dollar eingegangen sind an steuern auf cannabis als genussmittel über die zeit in all den staaten die bis jetzt cannabis als genussmittel legalisiert haben also eben nur ein gewisser teil der usa und teilweise eben auch erst seit kurzem dass die shops eröffnet worden sind manche legalis staaten haben ja die shops noch gar nicht offen die zuletzt beschlossen haben zu legalisieren und ja also länder wie colorado die haben es schon länger insgesamt acht milliarden us dollar steuereinnahmen und das wäre natürlich noch viel mehr wenn in den ganzen usa cannabis legal wäre und da sind auch noch nicht die ganzen gebühren und steuern drin die kommunen einnehmen das sind nur die einnahmen die eben auf den höheren ebene anfallen gleichzeitig gibt es ein neues startbudget ein entwurf der auch vor aus dem präsidentenamt kommt also von joe biden letztendlich beeinflusst wird und da sind auch immer politische vorgaben mit drin die auch mit cannabis zu tun haben der klassiker ist dass da festgeschrieben wird jedes jahr dass in den usa auf bundesebene kein geld ausgegeben werden darf um das verbot von cannabis durchzusetzen in den staaten die cannabis als medizin legalisiert haben und das ist jetzt immer von der politik dann wieder da reingestimmt worden diesmal zum ersten mal steht es von vornherein mit drin hat beiden gesagt okay also in den staaten die da mit cannabis rum machen ja da gehen wir nicht ran die lassen wir in ruhe und das ganze eben entschieden über das staatsbudget komischerweise und nicht einfach so grundsätzlich dass da jedes jahr dasselbe spielen insofern da positiv ja besser als die bisherigen regierung dass wir von vornherein sagt kommen wir lassen die staaten in ruhe aber auf der anderen seite hat er weiterhin eine blockade drin für die hauptstadt washington dc die wollen auch schon lange legalisieren da haben es jetzt auch weitgehend gemacht ja also man darf da anbauen gras verschenken und so weiter und so fort mit gras rumlaufen und so alles schick entkriminalisiert aber es gibt keinen handel das würden die gerne machen und ähm ja die das dürfen die aber nicht weil die so einen speziellen hauptstadtstatus haben und da dann eben im prinzip die politik auf höherer ebene sagen kann nö dürft ihr nicht und das auch ans budget gekoppelt und das ist noch immer drin diese bremse ähm vorgelegt diesmal von joe biden und nicht mehr von trump auch da die frage wird wird das parlament jetzt das überstimmen inklusive harris dann werden die joe biden noch durch irgendwie diskussionen überzeugen können dass jetzt washington dc endlich legalisieren darf da wird es also jetzt langsam ja zugespitze debatten geben im oval office im white house nochmal usa amazon fordert offiziell legalisierung da muss ich jetzt erstmal sagen okay disclaimer ja wir machen hier keine werbung für amazon genauso wie immer kommt wenn wir über irgendeine partei berichten ja meinetwegen irgendein abgeordneter von der cdu hat die legalisierung gefordert ja was ja schon nachricht ist weil einer endlich mal den maul aufmacht da kommen dauernd die kommentare jetzt macht ihr werbung für die cdu seid ihr verrückt mit denen wird nie legalisiert bla bla es ist dann keine werbung für die cdu es ist auch hier keine werbung für amazon amazon ist evil ja böse weil die alle anderen konkurrenten platt machen und so ihr wisst schon bescheid ja man versucht ja ein bisschen an amazon vorbeizukommen gleichzeitig muss er zugeben klar in pandemie zeiten ja es praktisch funktioniert gut und so ja ich habe auch schon kommen auch nicht ganz drum rum aber ja wisst ihr bescheid ich mache hier keine werbung für amazon und wenn euch irgendwas anderes einfällt als bei amazon zu bestellen dann macht das halt trotzdem ist eben diese nachricht wild durch die medien gegangen insofern muss ich hier auch berichten und es ist ja auch ungewöhnlich dass sich so ein riesenunternehmen politisch einmischt ja können auch sagen ja was soll das überhaupt wieso sagen die überhaupt ihre meinung dazu und ja in den usa ist tatsächlich auch ein bisschen üblicher dass das meinung kundgetan wird sag ich mal auch bei zeitungen zum beispiel die großen zeitungen was bei sich washington post und so da kommt es häufig vor dass die dann zum beispiel bei präsidentschaftswahlen dann irgendwann sagen okay wir unterstützen offiziell beiden oder trump aus den und den gründen eine sache die man hier in den zeitungen zum beispiel so nicht hat und aber eben auch bei bei unternehmen kommt es vor ja und jetzt sagt amazon halt ja wir sind offiziell dafür speziell diesen more act von dem ich anfangs erzählt habe ja legalisierung auf bundesebene die staaten komplett in ruhe lassen selbst entscheiden lassen da ist amazon dafür und gleichzeitig haben sie angekündigt ihre mitarbeiter nicht mehr auf cannabis zu testen kann man auch sagen ja wie ist das jetzt was besonderes ja kennen wir ja jetzt auch gar nicht in so großem umfang gibt es natürlich auch in deutschland dass mitarbeiter auf drogen getestet werden bei einstellungen auch zwischendurch aber jetzt nicht so flächendeckend und in usa ist auch das deutlich üblicher als bei uns und war bis jetzt bei amazon halt auch üblich und jetzt sagen die okay zumindest was cannabis betrifft lassen wir das bis auf den transportation bereich ja muss man auch dazu sagen also lkw fahrer und so die werden weiter auf cannabis getestet aber immerhin ja im großen und ganzen hängen die das an nagel ja insofern ja das ging durch die medien sowohl in deutschland als auch in usa drüben und wurde kommentiert von den legalized organisationen da und so weiter also amazon fordert legalisierung und handverband macht keine werbung für amazon kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur 5 euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen link in der infobox jetzt noch zwei fälle cannabis als medizin die auch durch die medien gingen und man liest ja immer mal wieder solche geschichten von patienten die da irgendwie nicht vorwärts kommen bei cannabis als medizin aber ist auch immer wieder erschütternd ja ich habe jetzt schon so viele von diesen artikeln gelesen könnte mich immer noch drüber aufregen der erste fall da geht es um eine frau mit einer langen krassen schmerzgeschichte diverse schmerztherapien diverse medikamente opiate hat sie schon genommen kriegt keine genehmigung von der krankenkasse auf kostenerstattung trotz diverser einsprüche und argumentierei und obwohl eine spezialisierte schmerzklinik ihr cannabis gegeben hat mit guten ergebnissen die auch gesagt haben ja die ist austherapiert da hilft nichts anderes cannabis hilft super ja aber krankenkasse ja zahlt einfach nicht ja und die krankenkasse ist auch evil ja genau ja amazon die krankenkasse ist glaube ich noch eviler als amazon egal können ja selber entscheiden was eviler ist aber krankenkasse ist wirklich mies und welche war es die dhk dhk gibt der krass schmerzgeplagten frau kein cannabis dhk ihr seid schlecht viel daumen runter ja dhk gibt der frau endlich ihre cannabis tropfen da unglaublich und fall 2 handwerker aus münchen starke schmerzen ebenfalls in knien rücken und so weiter mehrere operationen hinter sich und die krankkeitsgeschichte ist glaubhaft laut richterin die sagt ja das ist ja der simuliert hier nicht ja der ist ja offensichtlich tatsächlich er hat üble schmerzen der mann und auch dem hilft halt cannabis und auch der hat schon mehrfach versucht sich cannabis verschreiben zu lassen und hat dann irgendwann auch einen Attest gekriegt und ist auch an der genehmigung der krankenkasse gescheitert der hat einfach kein cannabis als medizin gekriegt trotz richterlich beglaubigter glaubwürdigkeit seiner schmerztherapie geschichte und so und hat er eben mehrfach selbst angebaut und wurde mehrfach dabei erwischt diesmal mit 48 pflanzen und 600 g hanfblüten ergebnis der ganzen sache obwohl die richterin die leidensgeschichte berücksichtigt hat ja strafmildernd und so weiter der mann hat 18 monate gefängnis auf bewährung bekommen und 120 stunden gemeinnützige arbeit weil er seine medizin selbst angebaut hat weil er sonst nicht dran gekommen ist obwohl er versucht hat die staatsanwältin wollte den sogar ohne bewährung für zwei jahre und neun monate ins gefängnis schicken also ich finde es wird echt mal wieder zeit dass Richter sich selbst mal an der Nase packen und ihren Gerechtigkeitssinn und so weiter in so einem Fall Notstand anerkennen und das Ganze mit einem glatten Freispruch im Prinzip den Krankenkassen um die Ohren hauen dann hat das Gesundheitssystem in Deutschland versagt und nicht der Angeklagte damit zu den Terminen ich bin gespannt ob ich diesmal unter 10 Minuten geblieben bin lauter Ortsgruppen treffen Koblenz 6. Juni Heidelberg 7. Juni Hamburg 8. Juni Karlsruhe 10. Juni in München trifft sich die Gruppe am 11. Juni Regensburg 13. Juni Braunschweig 14. Juni nochmal Heidelberg 15. Juni nochmal Hamburg nochmal 15. Juni und ich glaube die sind alle online online immer noch demnächst gibt es so geimpften Treffen wahrscheinlich oder so mal gucken ja das war es für heute liked das Video abonniert den Kanal drückt die Glocke und damit verabschiede ich mich ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.